hallo allerseits heute am freitag ist heute der 25 ganz kurzes video von unterwegs bin gerade am zentral festival wie man uns erkennen kann hier gibt es ein beach festival vom 23 oktober bis 30 november geht das ja bei dem wort festival da denkt man natürlich an riesen fußstände und riesen action ich zeige euch mal es ist war erst halb fünf aber es sind zumindest ein haufen tische die hier stehen und ganze drei boden mit speisen mit food chicken fried sehe ich da ganz links in der mitte dieses teil kann ich nicht erkennen das sind spieße und rechts wahrscheinlich auch thai food und eine bier corner aber zumindest haben leo wie ich das erkenne das ist schon mal ein grund mal zum leo trinken hierher zu gehen ja ich kenne das hier mit food festivals anders da stand hier alles voll mit buden und die kleine ecke mit tischen und stühlen scheint diesmal ein bisschen anders zu sein aber zumindest eine bühne da scheint dann auch live music zu geben wird mal ein arm vielleicht hierher gehen und dann schauen wie das abends aussieht also wen es interessiert beach food festival bis 30 november noch hier am zentral festival direct am beach bye bye so ohne weiter auf dem weg richtung meinem moped zurück weil ich gerade das video bearbeitet hatte oder hochladen wollte und da sehe ich muss mich also korrigieren es sind noch drei erste stände mehr da das rechte sieht irgendwie aus wie pizza oder sowas und will da jetzt auch nicht hingehen also es sind sechs buden mit food und eine große hier vorne die für bier und die große bühne was richtig sein muss muss halt richtig sein falsch melden das ist sache anderer youtuber also dann bye bye ciao ciao